Wenn du jetzt so ein Lied für Helene Fischer schreibst, hast du eine Schublade mit Melodien oder hast du dann schon das für Helene dir überlegt? Wir haben uns überlegt, wie schreibt man einen Schlagersong? Okay, wahrscheinlich ist es ein 120 BPM, ne, for to the floor beat, okay. Moment mal, wir haben schon ein Band da. Wie schreibt man einen Schlagersong? Du bist für den Text zuständig. Okay, pass auf, Text, Achterbahn ist schon... Soll ich was sagen? Ja. Auf jeden Fall dreisilbig, der Titel. Dreisilbig, Regenbogen... Ah, ah, ähm... Sonnenschein. 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 Sonnenschein, das ist ja super. Wir brauchen erstmal ein 4 to the floor beat. 4 to the floor, 120 BPM, 4 to the floor. Guck mal, ich sag jetzt alles. 120 BPM, 4 to the floor, A mal C, G, F. Ihr seid so abgefuckt, ey. Geil. Ey, das ist richtig, das ist geil. Mach bitte, will ich, will ich, will ich super. So, und dann brauchen wir eine Gitarre, die so macht. Es muss natürlich eine Liebesgeschichte sein, schätze ich mal. Es geht los mit Sonnenschein. Du und ich alleine, hier im Sonnenschein. Und wir sind zusammen im Sonnenschein. Du und ich alleine, hier im Sonnenschein. Du sind hier alleine, im Sonnenschein. Ich laufe nach Hause, als seh dich doch nicht. Du und ich, wir sehen uns trafisch. Ich hab dich heut schon den ganzen Tag vermisst. Ja, wir zwei, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns, über Hause. Vielen Dank!